Zu unserem Fertigungsprogramm gehören die FS-Ganzstahl-Sicherungsmutter, die weltweit bekannt ist, Muttern aller Art, kalt umgeformte Teile mit innovativen Konturen und Dreh- und Frästeile. Wir von Flygenhommel bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Wir können von der Skizze oder von dem Entwurf das Teil betreuen und umsetzen und über CAD-Datenaustausch mit dem Kunden kommunizieren, sodass wir auch in relativ kurzer Zeit zu einer rationellen und effektiven Lösung mit dem Kunden zusammenkommen können. Also Flygenhommel ist bekannt dafür, dass wir innovative und komplexe Konzepte sehr schnell umsetzen können, dass wir eine sehr gute Kundenbetreuung haben und sind natürlich weltweit bekannt für hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit.